Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jacked Aliens 3. Ja, ich habe meinen letzten Spielschrank geladen und bin etwas verwirrt, weil ich gerade gar nicht genau weiß, wo wir jetzt hier eigentlich sind. Wir befinden uns hier unten im Quadranten, können aber nichts machen. Moment, Operationen. Auf jeden Fall können wir jetzt im Moment noch keine neuen Söldner holen, was natürlich schlecht ist. Zu der Aussichtspunkte 2 gehen. Schauen wir erstmal. Die kann eher gut gebrauchen. Das ist, glaube ich, für ihn auch ganz gut. Ähm, und die... 3 von 6... 3 von 6 Schüsse oder was? Dann hat der aber 0 von 40 Schüsse. Das wäre natürlich nicht so schön. Aber gut, lassen wir das jetzt erstmal so. Das Schild wurde mit der Hand über alte Zeitungsfetzen gekritzelt. Es ist nahezu unleserlich. Okay. Der Tod ist von Kopf bis Fuß mit Band, Brand und Explosionswunden bedeckt. Ein Wunder, dass er so weit kriechen konnte. Hier unten kommen wir nicht rum. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier rum. Das sieht mir hier nämlich nicht so gut aus, wie so ein Mienefeld oder sowas. Okay, Toni, du bist mit den Granaten dran. Trag sie mit den Händen. Kein Autofahren. Du weißt, dass diese Irre keine Ahnung hat, was Sicherheit bedeutet. Was haben wir denn hier? Den Sack mit bloß. Ja, da sind auch Granaten dabei. Sehr schön. Okay, wieso können wir die nicht mitnehmen? Achso, Schwarzpulver ist das. Für das Herstellen von Sprengstoff und Granaten. Können wir das dann bei ihm reintun? Ja. Können wir das auch insgesamt noch reintun? Das auch. Sehr schön. Mehr haben wir hier nicht. Da können wir nicht rumgehen. Keine Heilstanzen oder ähnliches. Oh, vielleicht doch. Moment. Kräuter gefunden. Ah, das sieht gut aus. Sehr schön. Achso, nein. Halt. Ich weiß ja gar nicht mal, was das ist. H3. Gucken wir mal eben. H3 wäre dann der Teil oben drüber. Das sind Marodeure. Das sieht mir nicht so gut aus. Das sind aber ziemlich viele. Das schaffen wir doch niemals. Alleine. Da ist einer, mit dem wir reden könnten, glaube ich. Ah, stopp, stopp, stopp. Irgendwas mit Kräutern in der Nähe. Da ist was. Sehr schön. Anybody got snack? Look there, Glovny. Wir reden mal eben. Äh, geht es nicht gut? Es ist sehr schlecht, wenn man eine große Explosion in einem kleinen Raum macht. Are you hurt? Oh, don't worry about me. Explosions are common around here. I put a blast shield under the workbench, and I've gotten really good at vaulting over it. Mhm. Eh, talk fast. I just set the timer. I'm joking. I don't even use timers. Oh, Explosives are so much fun. Nicht, äh, wirklich. Weißt du etwas über den Präsidenten? Äh, Präsident, who? Sorry, no idea who that is. I hope I haven't blown him up or something. People are so careless in minefields, as if they don't have one at home. Ein bisschen bekloppt in der Birne, vielleicht? Well, it started as a hobby. There's a bunch of old warstuff all along the coast. Landmines, artillery shells, mortar rounds. I used to play real-life minesweeper with my friends, until I ran out of friends. Und warum nennt... der oder die sich bombastig? That's what they call me. Well, at least that's what I call myself. That grumpy old guy Basil called me a bunch of other names. But half of them I don't even understand. What does whack job mean anyway? At least those lesion boys respect me. They are very careful and polite around my workshop. And they bring me useful parts for explosives. Mhm. Hör auf, der Legion zu helfen. Ja, Sprengstoff-Check-Chrisley hat den höchsten Wert. Äh, das heißt was? Wir probieren's einfach mal. But, but they are nice. They bring me parts to make boom toys. And once a boom toy is made, I don't care where it goes off. I just wanted to make a beautiful explosion. Mhm. Mhm. You know where suppers go when they die? Everywhere. Ahahaha. Oh, okay. Verkaufst du Sprengkörper? Boah. Yeah, but I'm low on supplies. Bring me parts, so I can create some boom toys. I can make the boring types, but also some novel designs. Genau, wo finden wir Teile? 25 Teile erforderlich. Hände hoch. Ja, Hände hoch, weiß ich nicht. Ich will den jetzt nicht irgendwie verärgern. Ich geh mal lieber raus. Danke. Vielen Dank. Was war das jetzt für ein Scheiß? Kann man das jetzt hier für alle reintun? Ja, okay. Dann machen wir das auch mal. Der hat auf jeden Fall Munition. Das ist schon mal gut. Pistole. Ja, nehmen wir mal für ihn mit. Mit der Explosion, das war natürlich nicht so toll. Ach, schließen. Ich will es die ganze Zeit schießen. Da, du auch. Ja, toll. Ja, toll. Jetzt ist der eine schon halb tot, obwohl er noch gar nichts gemacht hat. Das ist natürlich wunderbar. Und wir können das jetzt hier auch nicht machen, weil wir mit Operationen nichts machen können, ne? Keine Ärzte verfügbar. Ja, super. Das ist natürlich geil. Reisen zum Ersten können wir nicht. Dieser Sektor hat einen unterirdischen Bereich, der erforscht werden kann. Der erste Teil ist frei. Das Problem ist, ich würde gern meinen Trupp erhöhen, aber ich komme nirgendwo. Oder? Moment, Browser? Moment. Moment, äh... Ein Allrounder. Kontakt. Ja, komm mit. Ja, alles gut. Ähm... Die können wir jetzt hier noch, ne? Die... Die vier. Ne, drei. Barry ist ja mal wieder offline. Äh... Sie hat auf jeden Fall eine hohe Treffsicherheit. Ich denke, sie ist Mechanikerin. Hat sie so eine hohe Treffsicherheit? Das wäre krass. Sie auch, aber nicht so eine hohe... Oh, sie ist Ärztin. Ganz wichtig. Sie ist... Fox here. If this is about a job, I'm all ears. Well, that's not completely true. I have other parts, too. Mmh... Any team that includes my grizzly bear is the team I want to be on. Okay, it's a deal. By the way, I hear Wolf is available. And I love working with him. I'd be so appreciative if you hired him, too. Okay. Treffsicherheit 80. Würde ich auch noch gerne mitnehmen. Yep. Wollt ihr mich verarschen? Ich denke, das sind Festpreise. Bye-bye, Talking Computer. Nice of you to send me on an adventure. Boah. Das ist ja jetzt hier, ne? Okay, aber dann haben wir auf jeden Fall wieder fünf Leute. Die Frage ist, kommen die jetzt auch automatisch trifft ein? Die treffen aber da ein. Dann müssen wir nach da reisen. Äh, so. Nee, nicht pausieren. Hallo? We're on our way. Keine Ahnung, warum man jetzt zwei, dreimal draufdrücken muss. Aber jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Was? Wie, das ist ein... Äh? Ach so, hätte ich noch zwei übrig gelassen, oder was? Oh. Okay. Hilfe. Äh, wieso bin ich jetzt hier nur zu zweit? Hallo? Hä? Ich will jetzt nicht mit zwei Einzelnen und auch noch Angeschlagenen hier, äh, spielen. Ich will mit allen spielen. Trifft allen. Hä? Hä? Du musst den Rückzug über die Taktikansicht machen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Vor allen Dingen, wieso habe ich hier noch zwei frei? Das ist doch blaues Gebiet jetzt. Okay, den Teil verstehe ich jetzt nicht so ganz. Gehe ich mir einfach da hin. Alle zurückziehen? Ja, zumindest geht es jetzt weiter. Also, die Logik verstehe ich noch nicht so ganz, aber okay. Das ist gut. So, kann ich jetzt mit euch... Eingetroffen. Das ist schön. So, die würde ich jetzt gerne hier haben. Das ist schön, dass Chris Lee nicht mehr müde ist. Ah, jetzt können sie rüberreisen. Okay. Weil ich möchte natürlich die Truppe komplett haben. Ich verstehe es ehrlich gesagt gerade nicht so ganz. Wollen die das nicht, weil... Achso, weil die hier drin... Moment, das ist jetzt I3. Taktikansicht, Operationen. So, können wir hier nach I3 gehen? Ne, das ist I2. Okay. So, Rückzug zu Fleckhilds I1. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist aber I3, wo ich hin muss. Kann ich denn da hinreisen? Scheinbar nicht. Na gut. Also, das mit der Übersicht ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber okay. Wir versuchen es jetzt mal mit dem gleichen... Weg. Können wir auch nicht mal was Neues holen. Das ist H3. H3? Warte mal, warte mal. Hä? Wieso sind wir jetzt mit den beiden hier drin? Ich war doch gerade noch mit den Dreien. Das verstehe ich gar nichts mehr. So. Da wollte ich eigentlich hin. So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt zu I3? Ich glaube, hier hinten hatte ich noch ein paar Feinde nicht gemacht, ne? Kann ich nicht lesen? Das ist I1. Natürlich. Okay. Let's get moving. Jetzt muss ich mal gucken. Weil ich denke... Da ist I3. Die Frage ist jetzt... Treffen wir jetzt hier? Auf Feinde werden wir hier durchlaufen. Eigentlich müssten die ja alle weg sein. Zumindest hier oben. So, zu I3. Alle zurückziehen. Ja. Und jetzt lass mich bitte die Truppe komplett haben. Hallo? Ich würde gerne da rein. Das ist schön, wenn ihr nicht mehr müde seid. Die, die Verträge sind abgelaufen. Die dürfen nicht abgelaufen sein. Die Tage sind noch gar nicht abgelaufen. Ja, hoffen wir mal, ne? Äh, ist aber jetzt nur er abgelaufen, oder? Weil er jetzt... Ah, nee, Moment. Erst weiß. Der ist auch abgelaufen. Okay. Kann ich jetzt endlich mal hier rein? So, die beiden stehen jetzt hier. Keine Ahnung, wo das ist. Achso. Das ist gedreht. Okay, verstehe. So, das heißt aber gleichzeitig, dass die anderen theoretisch hier unten sein müssten. Ah, das ist auch sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann kommt man mit. On my way. Yes, go. We're on our way. So. Let's go for a walk. On my way. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt fünf Leute. Fünf gegen zwei wären ja okay. Die Frage ist nur... Fünf gegen sechs ist natürlich schon so eine Sache. Das sind mehrere Trupps. Oh, das sind richtig große Trupps. Hm, eigentlich würde ich jetzt mit allen zusammen nach links reisen. Das ist momentan zwei. Die sollen wir aber eigentlich befreien, ne? Aber fünf gegen sechs ist schon heftig. Die sind abgelaufen. Hallo, die habe ich gerade erst gemacht. Ich habe die für eine Woche lang geholt. Was soll denn das jetzt? Hä? Ich bin bald pleite, ohne dass ich was gemacht habe. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, geh mir nicht auf die Nerven. Ganz ehrlich. So, jetzt macht hinne. Ja, auch. Dahin. Die jeweilige Aufgabe des jeweiligen Schildes abschließt. Okay. 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 Das ist nicht so, wie du bist. Ja, ich bin so, wie du bist. Wofür, es sind so, wie du bist. Ja, ich bin so, wie du bist. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Laphontaine ist ein fool. Er hat ihn geholfen, und er hat ihn geholfen, und er hat ihn geholfen. Er hat ihn geholfen, wie du und deine Freunde gemacht hast. Mein Gott. Ich muss sie warnen. Du musst auf deinem Arsch und nichts tun. Mein Mann sollte ihn geholfen haben. Jetzt stopt meine Zeit. Ich muss zurück nach dem Fort und reporten. Yes? So, du kannst deine Söldner innerhalb der Einsatzzonen nach Belieben einsetzen. Sieh dir die Karte an. Suche nach Infos und wähle deine Taktik für die anstehende Auseinandersetzung. Positioniere alle Söldner und drücke auf Einsatz. Da sind Feinde. Da sind auch Feinde. Ich würde sagen erst mal hier hin. Einsatz da. So, aber ich will meinen Trupp natürlich auch da haben. Nein. Die sollen nach da. Nein, die sollen nicht abbrechen. Die sollen einfach... Was ist denn da so schwer dran? Wieso Konflikt? Reist einfach dahin, Jungs. Wieso kann ich nicht meinen kompletten Trupp mitnehmen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das ist ein Dorfbewohner. Jetzt gehen wir mal hier hin. Altmaterial. Altmaterial. Ah. Für den einen wahrscheinlich. So, was ist mit dem da? So, was ist mit dem da? So. Anscheinend soll der uns nicht helfen oder kann uns nicht helfen oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nichts ahnende Schergen. Was jetzt? Ach, der konnte uns dadurch singen? Oder was? Krass. Wird keine Linie angezeigt. Kannst du vom gewählten Zielort aus diesen Gegner nicht angreifen? Das ist irgendwie klar. Es wäre schön, wenn du auch mal runtergehen würdest. So, Moment. Außer Reichweite. Aber er kann mich anschießen oder was? Yes. Blind feuern? In Deckung gehen? Äh. Ah. Ja. Nee, irgendwie ist das ein bisschen blöd, was die hier gerade macht. Moment, das ist... War da nicht noch ein zweiter? Ähm. Überwachung. Oh, also. Ah, nee. Das ist, wo wir hinkönnen. Okay, ich dachte, das wäre jetzt der andere. Ähm. Nimm einen ordentlichen Schluck, um 25 Eifer und einen deutlichen Bonus auf Nahkampf zu erhalten. Du verlierst allerdings Genauigkeitbefähigung. Okay. Brutaler Angriff. Nahkampfangriff. Geh erstmal in Deckung. Der steht da so blöd. Oh, ich schätze, das Auto wird wohl bald explodieren, wa? Ja, vielen Dank. Ich wollte gerade noch in Deckung gehen, damit wir nicht neben einem explodierenden Auto stehen. Aber, gut. Kein Thema. Oh. Wasser werfen. Kann den... Ach so, der kann nur... Nee. Okay. Jetzt kann er schießen. Äh. Überwachung. So. Du... Ja, weiß ich nicht. Wo stellen wir dich denn am besten hin? Ähm. Dich können wir gar nicht bewegen. Wieso können wir dich nicht bewegen? Hä? Wurde grad sagen, wir können dich doch bewegen. Hm? So, dich. Stellen wir mal dahinter. Und... Ja. Dann stehlst du dich halt nicht dahinter. Oh, oh. Ich hasse es. Was ist das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Von da aus hat sie theoretisch eine Schusslinie. Ich würde aber sagen... So. Du sollst ja auch nicht schießen. Oh, du sollst da hinlaufen. Achso, nee, er hat ja jetzt die Pistole in der Hand. Ja, stimmt. Komm her, enemy. Ich schüt' dich! Pfff. Ich denke, vielleicht hast du Glück-Vodka-Vodka-vodka-too-sohn, ja? Es dauert mehr als das, um zu zerstören. Okay. Im Sektor sind doch immer Feinde. Aber wo? Meinen die jetzt mit Sektor alles? Also das hier hinten? Da liefen ja so ein paar Leute rum. Oder läuft hier noch einer rum, den ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm habe? Das weiß ich jetzt nicht. Oh, was hat die denn? Ähm. Die nehmen wir mal mit. Ja, komm, so heiß ist das hier nicht. So, da sind, glaube ich, zwei Leute drin. Manches oder drei. Noch sind die nichts an. Betonung auf noch. Oh, lass mich bloß nicht bewegen. Jetzt steht die da so dämlich. Ist das jetzt euer Ernst? Und da hin? So. Ist der jetzt gerade durchs Fenster gesprungen? Okay. Mobiler Schuss? Einzelschuss? Natürlich nicht. Oh, ist der durch. Okay, wenn der schon da reinspringt, nehme ich mal an. Der will irgendwo hier runter. Deswegen. Ja, irgendwie schon. Allerdings musst du da näher ran. Ja, und du? Das Problem ist, ich kann nicht irgendwo vernünftig hinstellen, ne? Du hast es. Das ist grob. Ja? Macht sie das jetzt? Oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Achso. Ich muss... Okay, okay. Ja, genau. Denkst du, die sind da so gut geschützt? Ja, ich kann sie auch nicht mehr hinlegen, schlatsche. Kann danach wieder aufgehoben werden. Die Frage ist, wie viele AP habe ich dann noch, wenn ich da hinlaufe, ne? Vier von zehn. Nein, ich will nicht das... Ich will nicht das Messer werfen. Boah, dann mach halt einen Schuss. Auf jeden Fall sah es geil aus. Das ist richtig. Ähm... Er kann nichts mehr machen, ne? So, Moment. Jetzt müssen wir erst mal gucken. Äh, Einfachschuss. Können wir nochmal? Ne, haben wir nicht genug. Ja, dachte ich muss schon. Äh... Äh... Waren das jetzt endlich alle? Anscheinend nicht, ne? Oh... Warte mal. Ich würde die ja gerne, äh... Sich erst mal heilen lassen, aber das kann ich ja anscheinend nicht. Was ist denn hier? Ja, bewegt euch mal beide, genau. Genau. Können wir nichts machen, oder? Doch, Moment. Bauteile. Objekt! Ja, ist ja auch nicht schlecht. Goi! Yes, go! Hm. Wie kriege ich jetzt unsere Truppe hier hin? Das ist jetzt halt so die Frage, ne? Ich will die endlich mal da haben. Die Reise abzubrechen. Ne, ich will die eben nicht abbrechen lassen. Die sollen endlich da hin. Boah, das ist ätzend. Wie lange brauchen die bitte, bis die da sind? Hä? Nein. Ich will immer noch... Einer ist hier anscheinend noch irgendwo am rumlaufen. Ich kann mich auch nicht heilen jetzt, weil ich nicht im Kampf bin. Das ist natürlich auch genauso bescheuert. Die Frage ist nur, wo läuft der Typ hier rum? Da oben waren, glaube ich, mehrere, oder? Können wir den... Können wir den einen hier nicht irgendwie looten? Der ist irgendwie schon weg. Anscheinend. Let's get moving. Was ist hier da oben? Das sind Grüne. We're on it. Mhm. Let's get moving. Legion go home steht da drin. Hey! Are you guys like those commandos from the movies? Can you blow up a car just by shooting at it? The Legion guys said that doesn't actually happen. Then, they kicked my projector and laughed at me, when I asked them to fix it. Uncle Basil said I should stop whining, but he won't repair my projector either. Dein Ernst? Of course! Oh man, oh man, oh man. Okay. Anything for you. I'd love to chat, but things are a little hot and heavy right now. We're on it. Let's get moving. Das ist doch bestimmt irgendwo in einem von diesen Häusern, oder? Ich wollte die gerade umberraschen. Yes? Dein Ernst jetzt? Hm? Ja, jetzt lasst du dich direkt da schießen. Du bist so dämlich. Der sollte den in den Kopf schießen. Wieso schießt der den nicht einfach in den Kopf? Kann die da nicht rum? Ja, super. Oh, ist nicht dein Ernst. Nein, ist nicht dein Ernst. Und dann kann sie nichts mehr machen. Also, wie bescheuert ist das denn? Ja, lass dich ja schießen. Kein Thema. Du sollst da nicht reingehen? Ja, komm. Ich habe einen guten Schuss von Anni. Hey, wir haben uns noch mal gemacht. Das macht mich sehr interessiert und ein bisschen tingly. Das ist Emma. Ich wollte nur sagen, vielen Dank für die residents von Ernie. Ich bin sicher, ich habe die richtige Leute. Ich werde für Port Kakao gehen, wo ich versuchen, zu finden, was mein Vater. Aber mein Hauptsache ist mit dir. Das ist Santiago. Es sieht, dass du sicher bist der Antwort zu unseren Problemen mit der Legion. Ich habe dir einen e-mail mit den Details über unsere Partnerschaft. Good luck. Oh mein Gott. Okay, wir haben diesen Bereich geschafft. Ich weiß immer noch nicht, warum unsere Verstärkung nicht angekommen ist. Aber wir haben es mit der kleinen Truppe geschafft. Und ich glaube, wir konnten hier doch noch was plündern. Also hier war das genau. Der wird mit Alkohol hier. Ja, Alkohol wäre natürlich auch nicht schlecht für die medizinischen Vorräte. So, aber ich würde sagen, wo wir das zumindest mal erfolgreich abgeschlossen haben, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sind pleite und ich weiß nicht, wie lange wir unsere Säule noch haben. Aber wir haben es zumindest erstmal überstanden. Deswegen bis zur nächsten Folge. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Aber wir closern. bieter-